Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Animation von mir, der Mythic-Time. Today we have got... Super-Epic-Pack. Ja, genau, so, jetzt war die Lila da, jetzt kommt die auch noch raus. Meinst du, jetzt kommt die Lila, wenn die da vorne ist, meinst du, kommt die? Ja, jetzt kommt die Mythic. Oh, das ist aber so eine geile Mythic in Ruppert. Fuck, man! Scheiße! Naja, und was kriegen wir da noch raus? Noch ein phänomenaler Stein. Und dann können wir aber da oben noch 52.000. Oh, ja. Ein Stewie und ein 52k-Pack-Opening machen. Genau, und das lassen wir jetzt einfach mal durchreien. Auf dem ersten können wir auch noch unsere Baby-Pack-Opening machen, oder? Ja. Ja, dann können wir doch hier eine Mythic ziehen, oder? Auf dem ersten. Ja, ja, genau. Komm, dann fragen wir, es hilft die Mythic heute. Genau, heute ist Mythic-Time. Heute ist so ein krasser Tag hier, heute kann es nur gut werden. Heute kann nur eine Mythic aussehen. Heute kann nur eine Mythic rauskommen, sage ich dir, nur eine Mythic. Aber wenn jetzt ich, du Mythic wäre, warum? Na, Babbel, kriegen wir nicht. Also, MacBurger, ich glaube dran. Panther, Knuddel, Steve, Holophonitz, gewünscht bitte Rogersladen, gewünscht bitte Schule, Sport, gewünscht bitte Hank als Spukhaus, gewünscht bitte Flugzeug. Lois, Kutschikopi, Gutefe, Seidenäffchen Pyjama, ich muss hier in der Zwischenzeit, ach, das ist echt. Panelist, Steakhouse Chris, gewünscht bitte, Gutefe, Manitoba Zigaretten, Kutschikopi, gewünscht Splitter, rote Kombi, so, gewünscht Splitter, Seidenäffchen Pyjama, Kutschikopi, gewünscht Splitter, Fuginawa, Seidenäffchen Pyjama und jetzt ist hier, ah, jetzt wo es gerade spannend wird. Was ist denn das? Hacker. Was zum Hänge ist denn das für eine Size? Der WTF. Warte mal, ich muss jetzt machen, das heißt, hier, weg, was ist denn das? Das ist ein Hacker. Aber wir haben keine Käse. Na klar, das ist ein Hacker. Aber wir haben keine Käse. Ey, das ist safe, ein Hacker. Erzähl nichts. Irgendwann misset. Erzähl nichts. So, warte mal, warte mal, warte mal, jetzt müssen wir hier, ich muss jetzt erstmal... Das ist doch safe ein Hacker. Ah. Und wo unten heißt, der hat sich doch safe... Da hat sich safe in unseren Airshelper reingehackt. Ja, was heißt reingehackt? Der hat sich einfach wahrscheinlich, also wenn, dann hat er sich wahrscheinlich einfach eingeklinkt. Aber wir schmeißen... Ey, ich kriegst du misset wirklich. So, warte mal. Äh, jetzt. Äh, starten wir dann halt neu. Was war denn das? Ja, wieso machst du denn nie Passwort rein? Brauchen wir nicht. Natürlich. Brauchen wir nicht. Kannst doch endlich mal ein Passwort rein machen. So. Kann jede x-beliebige rein. Ach, so. So, also, wir haben das doch auch schon probiert mit dem Passwort und das war trotzdem passiert. Ja, weil so ein Misset sich da einlockt. So, also jetzt, ähm... Gucken wir nochmal, jetzt müsste es eigentlich wieder kommen, oder? Ja, jetzt kommt er auch wieder. So, jetzt muss ich schauen. Mach doch mal... Geh doch mal da unten raus. Ich muss doch erstmal hier das wieder rein machen. Glaubst du, das macht doch mal... Mach doch mal Piano. So, jetzt mache ich das hier weg. Und dann drücke ich da drauf. Und dann haben wir hier die Pearl Bailey High School. Mac. Touchdown-Tanz. Crack. Crack. Wax der Schule. Pearl Bailey High School. Luan. Und ein goldenes Stück Scheiße. Ja, das... Da ist unsere Mythic hier. Aber, ich habe das Gefühl, wenn ich diesmal in meinem zweiten Count so viel Pech habe, in Anführungszeichen, dann habe ich diesmal im ersten Count viel mehr Glück. Was? Was denn? Ich habe gedacht, dass du jetzt eine Webpack öffnest, da. 205 Gems. Nee. Ich habe für meine 205 Gems geöffnet, du habt schön die Call Gang gezogen. Also ich... Schön für dich. Ich finde diese Webpacks effektiver als die Boxen, muss ich sagen. Weil diese Webpack geben Save und Epic und... Save und Epic und das andere hier auch, oder? Ja, aber hier, da kriegst du noch ein gewöhnlichen Sender, kriegst du noch schönes Splitter. Also einfach nur ein paar Biggie-T-Words. Und... Ja. Das war eigentlich ganz nice. Also ich feiere die Super Epic Packs. Ich öffne immer für meine Gems die Super Epic Packs. Okay. Jetzt mache ich erstmal meinen Rumble. Also. Nein, nein, nein. Erst mache ich Account 2 fertig. Erst mache ich Account 2 fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mir mal uns die Kommentare, wenn ich den Kanal anschaut. Ich schalte es mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Animations Roller mit Mini-Man-Greis.